Viertes Hauptstück. Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller. Das Vollkommene soll nicht geworden sein. Wir sind gewöhnt, bei allem Vollkommenen die Frage nach dem Werdenden zu unterlassen, sondern uns des Gegenwärtigen zu freuen, wie als ob es auf einen Zauberschlag aus dem Boden aufgestiegen sei. Wahrscheinlich stehen wir hier noch unter der Nachwirkung einer uralten mythologischen Empfindung. Es ist uns beinahe noch so zumute, zum Beispiel in einem griechischen Tempel wie der von Pestum, als ob eines Morgens ein Gott spielend aus einem solchen ungeheuren Lasten sein Wohnhaus gebaut habe, andere Male, als ob eine Seele urplötzlich in einen Stein hineingezaubert sei und nun durch ihn reden wolle. Der Künstler weiß, dass sein Werk nur vollwirkt, wenn es den Glauben an eine Improvisation, an eine wundergleiche Plötzlichkeit der Entstehung erregt. Und so hilft er wohl dieser Illusion nach und führt jene Elemente der begeisterten Unruhe, der blindgreifenden Unordnung, des aufhorchenden Träumens beim Beginn der Schöpfung in die Kunst ein, als Trugmittel, um die Seele des Schauers oder Hörers so zu stimmen, dass sie an das plötzliche Hervorspringen des Vollkommenen glaubt. Die Wissenschaft der Kunst hat diese Illusion, wie es sich von selbst versteht, auf das Bestimmteste zu widersprechen und die Fehlschlüsse und Verwöhnungen des Intellekts aufzuzeigen, Vermöge, welcher er dem Künstler in das Netz läuft. Der Wahrheitssinn des Künstlers Der Künstler hat in Hinsicht auf das Erkennen der Wahrheiten eine schwächere Moralität als der Denker. Er will sich die glänzenden, tiefsinnigen Deutungen des Lebens durchaus nicht nehmen lassen und wehrt sich gegen nüchterne, schlichte Methoden und Resultate. Scheinbar kämpft er für die höhere Würde und Bedeutung des Menschen. In Wahrheit will er die für seine Kunst wirkungsfäusten Voraussetzungen nicht aufgeben, also das Fantastische, Mythische, Unsichere, Extreme, den Sinn für das Symbolische, die Überzeugung der Person, den Glauben an etwas Wunderartiges im Genius. Er hält also die Fortdauer seiner Art des Schaffens für wichtiger, als die wissenschaftliche Hingebung an das Wahre in jeder Gestalt, erscheint dies auch noch so schlicht. Die Kunst als Totenbeschwörerin Die Kunst versieht nebenbei die Aufgabe, zu konservieren, auch wohl erloschene, verblichene Vorstellungen ein wenig wieder aufzufärben. Sie pflicht, wenn sie diese Aufgabe löst, ein Band um verschiedene Zeitalter und macht deren Geister wiederkehren. Zwar ist es nur ein Scheinleben wie über Gräbern, welches hierdurch entsteht, oder wie die Wiederkehr geliebter Toten im Traume. Aber wenigstens auf Augenblicke wird die alte Empfindung noch einmal rege und das Herz klopft nach einem sonst vergessenen Takte. Nun muss man wegen dieses allgemeinen Nutzens der Kunst dem Künstler selber es nachsehen, wenn er nicht in den vordersten Reihen der Aufklärung und der fortschreitenden Vermännlichung der Menschheit steht. Er ist zeitlebens ein Kind oder ein Jüngling geblieben und auf dem Standpunkt zurückgehalten, auf welchem er von seinem Kunstriebe überfallen wurde. Empfindungen der ersten Lebensstufen stehen aber zugestandenermaßen denen früherer Zeitläufe näher, als denen des gegenwärtigen Jahrhunderts. Unwillkürlich wird es zu seiner Aufgabe, die Menschheit zu verkindlichen. Dies ist sein Ruhm und seine Begrenztheit. Dichter als Erleichterer des Lebens Die Dichter, insofern auch sie das Leben der Menschen erleichtern wollen, wenden den Blick weder von der mühseligen Gegenwart ab oder verhelfen der Gegenwart durch ein Licht, das sie von der Vergangenheit herstrahlen machen, zu neuen Farben. Um dies zu können, müssen sie selbst in manchen Hinsichten rückwärts gewendete Wesen sein, so dass man sie als Brücken zu ganz fernen Zeiten und Vorstellungen, zu absterbenden oder abgestorbenen Religionen und Kulturen gebrauchen kann. Sie sind eigentlich immer und notwendig Epigonen. Es ist freilich von ihren Mitteln zur Erleichterung des Lebens einiges Ungünstiger zu sagen. Sie beschwichtigen und heilen nur vorläufig, nur für den Augenblick. Sie halten sogar die Menschen ab, an einer wirklichen Verbesserung ihrer Zustände zu arbeiten, indem sie gerade die Leidenschaft der Unbefriedigten, welche zur Tat drängen, aufheben und palliativisch entladen. Der langsame Pfeil der Schönheit Die edelste Art der Schönheit ist die, welche nicht auf einmal hinreißt, welche nicht stürmerische und berauschende Angriffe macht, eine solche erweckt leicht Ekel, sondern jene langsam einsickernde, welche man fast unbemerkt mit sich fortträgt und die einem im Traum einmal wieder begegnet, endlich aber, nachdem sie lange mit Bescheidenheit an unserem Herzen gelegen, von uns ganz Besitz nimmt, unser Auge mit Tränen, unser Herz mit Sehnsucht füllt. Wonach sehnen wir uns beim Anblick der Schönheit? Danach schön zu sein. Wir wähnen, es müsse viel Glück damit verbunden sein, aber das ist ein Irrtum. Beseelung der Kunst Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Sie übernimmt eine Menge durch die Religion erzeugter Gefühle und Stimmungen. Sie legt sie an ihr Herz und wird jetzt selber tiefer, seelenvoller, sodass sie Erhebung und Begeisterung mitzuteilen vermag, was sie vordem noch nicht konnte. Der zum Strome angewachsene Reichtum des religiösen Gefühls bricht immer wieder aus und will sich neue Reiche erobern. Aber die wachsende Aufklärung hat die Dogmen der Religion erschüttert und ein gründliches Misstrauen eingeflößt. So wirft sich das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen Sphäre hinausgedrängt, in die Kunst. In einzelnen Fällen auch auf das politische Leben, ja selbst direkt auf die Wissenschaft. Überall, wo man an menschlichen Bestrebungen eine höhere, düstere Färbung wahrnimmt, darf man vermuten, dass Geistergrauen, Beirauchduft und Kirchenschatten daran hängen geblieben sind. Wodurch das Metrum verschönert. Das Metrum legt Flur über die Realität. Es veranlasst einige Künstlichkeit des Geredes und Unreinheit des Denkens. Durch den Schatten, den es auf den Gedanken wirft, verdeckt es bald, bald hebt es hervor. Wie Schatten nötig ist, um zu verschönern, so ist das Dumpfe nötig, um zu verdeutlichen. Die Kunst macht den Anblick des Lebens erträglich, dadurch, dass sie den Flur des unreinen Denkens über dasselbe legt. Kunst der hässlichen Seele Man zieht der Kunst viel zu enge Schranken, wenn man verlangt, dass nur die geordnete, sittlich im Gleichgewicht schwebende Seele sich an ihr aussprechen dürfe. Wie in den bildenden Künsten, so auch gibt es in der Musik und Dichtung eine Kunst der hässlichen Seele neben der Kunst der schönen Seele. Und die mächtigsten Wirkungen der Kunst, das Seelenbrechen, Steine bewegen und Tiere vermenschlichen, ist vielleicht gerade jener Kunst am meisten gelungen. Die Kunst macht dem Denker das Herz schwer. Wie stark das metaphysische Bedürfnis ist und wie sich noch zuletzt die Natur den Abschied von ihm schwer macht, kann man daraus entnehmen, dass noch im Freigeiste, wenn er sich alles Metaphysischen entschlagen hat, die höchste Wirkung der Kunst leicht ein Miterklingen der lange verstummten, ja zerrissenen, metaphysischen Seite hervorbringen. Sei es zum Beispiel, dass er bei einer Stelle der 9. Symphonie Beethovens sich über der Erde in einem Sternendome schweben fühlt, mit dem Traume der Unsterblichkeit im Herzen, alle Sterne scheinen um ihn zu flimmern und die Erde immer tiefer hinabzusinken. Wird er sich dieses Zustandes bewusst, so fühlt er wohl einen tiefen Stich im Herzen und seufzt nach dem Menschen, welche ihm die verlorene Geliebte, nenne man sie nun Religion oder Metaphysik, zurückführe. In solchen Augenblicken wird sein intellektualer Charakter auf die Probe gestellt. Mit dem Leben spielen Die Leichtigkeit und Leichtfertigkeit der homerischen Fantasie war nötig, um das übermäßig leidenschaftliche Gemüt und den überscharfen Verstand der Griechen zu beschwichtigen und zeitweilig aufzuheben. Spricht bei ihnen der Verstand, wie herbe und grausam erscheint dann das Leben. Sie täuschen sich nicht, aber sie umspielen absichtlich das Leben mit Lügen. Simonides riet seinen Landsleuten, das Leben wie ein Spiel zu nehmen. Der Ernst war ihnen als Schmerz allzu bekannt. Das Elend der Menschen ist ja das Thema, über welches die Götter so gern singen hören. Und sie wussten, dass einzig durch die Kunst selbst das Elend zum Genusse werden könne. Zur Strafe für diese Einsicht waren sie aber von der Lust zu fabulieren so geplagt, dass es ihnen im Alltagsleben schwer wurde, sich von Lug und Trug freizuhalten, wie alles Poetenvolk eine solche Lust an der Lüge hat und obendrein noch die Unschuld dabei. Die benachbarten Völker fanden das wohl mitunter zum Verzweifeln. Glaube an Inspiration Die Künstler haben ein Interesse daran, dass man die plötzlichen Eingebungen, die sogenannten Inspirationen, glaubt. Als ob die Idee des Kunstwerks, der Dichtung, der Grundgedanke einer Philosophie wie ein Gnadenschein vom Himmel herableuchte. In Wahrheit produziert die Fantasie des guten Künstlers oder Denkers fortwährend, Gutes, Mittelmäßiges und Schlechtes, aber seine Urteilskraft, höchst geschärft und geübt, verwirft, wählt, ausknüpft zusammen. Wie man jetzt aus den Notizbüchern Beethovens ersieht, dass er die herrlichsten Melodien allmählich zusammengetragen und aus vielfachen Ansätzen gewissermaßen ausgelesen hat. Wer weniger streng scheidet und sich der nachbildenden Erinnerung gern überlässt, der wird unter Umständen ein großer Improvisator werden können. Aber die künstlerische Improvisation steht tief im Verhältnis zum ernst und mühevoll erlesenen Kunstgedanken. Alle Großen waren große Arbeiter, unermüdlich nicht nur im Erfinden, sondern auch im Verwerfen, Sichten, Umgestalten, Ordnen. Nochmals die Inspiration Wenn sich die Produktionskraft eine Zeit lang angestaut hat und am Ausfließen durch ein Hemmnis gehindert worden ist, dann gibt es endlich einen so plötzlichen Erguss, als ob eine unmittelbare Inspiration ohne vorhergegangenes inneres Arbeiten also ein Wunder sich vollziehe. Dies macht die bekannte Täuschung aus, aus deren Fortbestehen, wie gesagt, das Interesse aller Künstler ein wenig zu sehr hängt. Das Kapital hat sich eben nur angehäuft, es ist nicht auf einmal vom Himmel gefallen. Es gibt übrigens auch anderwärts solche scheinbare Inspiration, zum Beispiel im Bereich der Güte, der Tugend, des Lasters. Die Leiden des Genius und ihr Wert Der künstlerische Genius will Freude machen, aber wenn er auf einer sehr hohen Stufe steht, so fehlen ihm leicht die Genießenden. Er bietet Speisen, aber man will sie nicht. Das gibt ihm ein unter Umständen lächerlich rührendes Pathos, denn im Grunde hat er kein Recht, die Menschen zum Vergnügen zu zwingen. Seine Pfeife tönt, aber niemand will tanzen. Kann das tragisch sein? Vielleicht doch. Zuletzt hat er als Kompensation für diese Entbehrung mehr Vergnügen beim Schaffen, als die übrigen Menschen bei allen anderen Gattungen der Tätigkeit haben. Man empfindet sein Leiden übertrieben, weil der Ton seiner Klage lauter, sein Mund beräter ist. Und mitunter sind seine Leiden wirklich sehr groß, aber nur deshalb, weil sein Ehrgeiz, sein Neid so groß ist. Der wissende Genius wie Kepler und Spinoza ist für gewöhnlich nicht so begehrlich und macht von seinen wirklich größeren Leiden und Entbehrungen kein solches Aufheben. Er darf mit größerer Sicherheit auf die Nachwelt rechnen und sich der Gegenwart entschlagen, während ein Künstler, der dies tut, immer ein verzweifeltes Spiel spielt, bei dem ihm Wehe ums Herz werden muss. In ganz seltenen Fällen, dann, wenn im selben Individuum der Genius des Könnens und des Erkennens und der moralische Genius sich verschmelzen, kommt zu den erwähnten Schmerzen noch die Gattung von Schmerzen hinzu, welche als die absonderlichsten Ausnahmen in der Welt zu nehmen sind. Die Außer- und Überpersönlichen, einem Volke, der Menschheit, der gesamten Kultur, allem leidenden Dasein zugewandten Empfindungen, welche ihren Wert durch die Verbindung mit besonders schwierigen und entlegenen Erkenntnissen erlangen. Mitleid an sich ist wenig wert. Aber welchen Maßstab, welche Goldwaage gibt es für deren Echtheit? Ist es nicht fast geboten, misstrauisch gegen alle zu sein, welche von Empfindungen dieser Art bei sich reden? Verhängnis der Größe Jeder großen Erscheinung folgt die Entartung nach, namentlich im Bereiche der Kunst. Das Vorbild des Großen reizt die eitleren Naturen zum äußerlichen Nachmachen oder zum Überbieten. Dazu haben alle großen Begabungen das Verhängnisvolle an sich, viele schwächere Kräfte und Keime zu erdrücken und um sich herum gleichsam die Natur zu veröden. Der glücklichste Fall in der Entwicklung einer Kunst ist der, dass mehrere Genies sich gegenseitig in Schranken halten. Bei diesem Kampfe wird gewöhnlich den schwächeren und zarteren Naturen auch Luft und Licht gegönnt. Die Kunst dem Künstler gefährlich Wenn die Kunst ein Individuum gewaltig ergreift, dann zieht es dasselbe zu Anschauungen solcher Zeiten zurück, wo die Kunst am kräftigsten blühte. Sie wirkt dann zurückbildend. Der Künstler kommt immer mehr in eine Verehrung der plötzlichen Erregungen, glaubt an Götter und Dämonen, durchseelt die Natur, hasst die Wissenschaft, wird wechselnd in seinen Stimmungen wie die Menschen des Altertums und begehrt einen Umsturz aller Verhältnisse, welche der Kunst nicht günstig sind, und zwar dies mit der Heftigkeit und Unbilligkeit eines Kindes. An sich ist nun der Künstler schon ein zurückbleibendes Wesen, weil er beim Spiel stehen bleibt, welches zur Jugend und Kindheit gehört. Dazu kommt noch, dass er allmählich in andere Zeiten zurückgebildet wird, so entsteht zuletzt ein heftiger Antagonismus zwischen ihm und den gleichaltrigen Menschen seiner Periode und ein trübes Ende, so wie nach den Erzählungen der Alten Homer und Eschelus in Melancholie zuletzt lebten und starben. Geschaffene Menschen Wenn man sagt, der Dramatiker und der Künstler überhaupt schaffe wirkliche Charaktere, so ist dies eine schöne Täuschung und Übertreibung, in deren Dasein und Verbreitung die Kunst einen ihrer ungewollten, gleichsam überschüssigen Triumphe feiert. In der Tat verstehen wir von einem wirklich lebendigen Menschen nicht viel und generalisieren sehr oberflächlich, wenn wir ihm diesen und jenen Charakter zuschreiben. Dieser unserer sehr unvollkommenen Stellung zum Menschen entspricht nun der Dichter, in dem er ebenso oberflächliche Entwürfe zu Menschen macht, in diesem Sinne schafft, als unsere Erkenntnis der Menschen oberflächlich ist. Es ist viel Blendwerk bei diesen geschaffenen Charakteren der Künstler. Es sind durchaus keine leibhaftigen Naturprodukte, sondern ähnlich wie die gemalten Menschen ein wenig allzu dünn. Sie vertragen den Anblick aus der Nähe nicht. Gar wenn man sagt, der Charakter des gewöhnlichen lebendigen Menschen widerspreche sich häufig, der vom Dramatiker geschaffene sei das Urbild, welches der Natur vorgeschwebt habe, so ist dies ganz falsch. Ein wirklicher Mensch ist etwas ganz und gar Notwendiges, selbst in jenen sogenannten Widersprüchen. Aber wir erkennen diese Notwendigkeit nicht immer. Der erdichtete Mensch, das Phantasma, will etwas Notwendiges bedeuten, doch nur vor solchen, welche auch einen wirklichen Menschen nur in einer rohen, unnatürlichen Simplifikation verstehen, so dass ein paar starke, oft wiederholte Züge mit sehr viel Licht drauf und sehr viel Schatten und Halbdunkel herum ihren Ansprüchen vollständig genügen. Sie sind also leicht bereit, das Phantasma als wirklichen, notwendigen Menschen zu behandeln, weil sie gewöhnt sind, beim wirklichen Menschen ein Phantasma, einen Schattenriss, eine willkürliche Abbräviatur für das Ganze zu nehmen. Dass gar der Maler und der Bildhauer die Idee des Menschen ausdrücke, ist eitel Fantasterei und Sinnentrug. Man wird vom Auge tyrannisiert, wenn man so etwas sagt, da dieses vom menschlichen Leibe selbst nur die Oberfläche, die Haut sieht. Der innere Leib gehört aber ebenso sehr zur Idee. Die bildende Kunst will Charaktere auf der Haut sichtbar werden lassen. Die redende Kunst nimmt das Wort zu demselben Zwecke. Sie bildet den Charakter im Laute ab. Die Kunst geht von der natürlichen Unwissenheit des Menschen über sein Inneres in Leib und Charakter aus. Sie ist nicht für Physiker und Philosophen da. Selbstüberschätzung im Glauben an Künstler und Philosophen Wir alle meinen, es sei die Güte eines Kunstwerks, eines Künstlers bewiesen, wenn er uns ergreift, erschüttert. Aber da müsste doch erst unsere eigene Güte in Urteil und Empfindung bewiesen sein, was nicht der Fall ist. Wer hat mehr im Reiche der bildenden Kunst ergriffen und entzückt als Bernini, wer mächtiger gewirkt als jener nach demosthenische Rhetor, welcher den asianischen Stil einführte und durch zwei Jahrhunderte zur Herrschaft brachte. Diese Herrschaft über ganze Jahrhunderte beweist nichts für die Güte und dauernde Gültigkeit eines Stils. Deshalb soll man nicht zu sicher in seinem guten Glauben an irgendeinen Künstler sein. Ein solcher ist ja nicht nur der Glaube an die Wahrhaftigkeit unserer Empfindung, sondern auch an die Unfehlbarkeit unseres Urteils, während Urteil oder Empfindung oder beides selber zu grob oder zu feingeartet überspannt oder roh sein können. Auch die Segnung und Beseeligung einer Philosophie einer Religion beweisen für ihre Wahrheit nichts. Ebenso als das Glück, welches der Irrsinnige von seiner fixen Idee her genießt, etwas für die Vernünftigkeit dieser Idee beweist. Kultus des Genius aus Eitelkeit Weil wir gut von uns denken, aber doch durchaus nicht von uns erwarten, dass wir jeden Entwurf eines raffaelischen Gemäldes oder eine solche Szene wie die eines shakespearschen Dramas machen könnten, reden wir uns ein, das Vermögen dazu sei ganz übermäßig wunderbar, ein ganz seltener Zufall oder wenn wir noch religiös empfinden, eine Begnadigung von oben. So fördert unsere Eitelkeit, unsere Selbstliebe den Kultus des Genius, denn nur wenn dieser ganz fern von uns gedacht ist, als ein Miraculum versetzt er nicht, selbst Goethe, der neidlose nannte Shakespeare, seinen Stern, der fernsten Höhe, wobei man sich jenes Verses erinnern mag, die Sterne, die begehrt man nicht. Aber von jenen Einflüsterungen unserer Eitelkeit abgesehen, so erscheint die Tätigkeit des Genies durchaus nicht als etwas Grundverschiedenes von der Tätigkeit des mechanischen Erfinders, des astronomischen oder historischen Gelehrten, des Meisters der Taktik. Alle diese Tätigkeiten erklären sich, wenn man sich Menschen vergegenwärtigt, deren Denken in eine Richtung tätig ist, die alles als Stoff benutzen, die immer ihrem inneren Leben und dem anderen mit Eifer zusehen, die überall Vorbilder, Anreizungen erblicken, die in der Kombination ihrer Mittel nicht müde werden. Das Genie tut auch nichts, als dass es erst Steine setzen, dann bauen lernt, dass es immer nach Stoff sucht und immer an ihm herumformt. Jede Tätigkeit des Menschen ist zum Verwundern kompliziert, nicht nur die des Genies, aber keine ist ein Wunder. Woher nun der Glaube, dass es allein beim Künstler, Redner und Philosophen Genie gebe, dass nur sie Intuition haben, womit man ihnen eine Art von Wunderaugenglas zuschreibt, mit dem sie direkt ins Wesen sehen. Die Menschen sprechen ersichtlich dort allein von Genius, wo ihnen die Wirkungen des großen Intellekts am angenehmsten sind und sie wiederum nicht Neid empfinden wollen. Jemanden göttlich nennen heißt, hier brauchen wir nicht zu wetteifern. So dann, alles Fertige, Vollkommene wird angestaunt, alles Werdende unterschätzt. Nun kann niemand beim Werk des Künstlers zusehen, wie es geworden ist. Das ist sein Vorteil, denn überall, wo man das Werden sehen kann, wird man etwas abgekühlt. Die vollendete Kunst der Darstellung weist alles Denken an das Werden ab. Es tyrannisiert als gegenwärtige Vollkommenheit. Deshalb gelten die Künstler der Darstellung vornehmlich als genial, nicht aber die wissenschaftlichen Menschen. In Wahrheit ist jene Schätzung und diese Unterschätzung nur eine Kinderei der Vernunft. Der Ernst des Handwerkers Redet nur nicht von Begabung angeborenen Talenten. Es sind große Männer aller Art zu nennen, welche wenig begabt waren. Aber sie bekamen Größe, wurden Genies, wie man sagt, durch Eigenschaften, von deren Mangel niemand gern redet, der sich ihrer bewusst ist. Sie hatten alle jenen tüchtigen Handwerker Ernst, welche Ernst lernt, die Teile vollkommen zu bilden, bis er es wagt, ein Sie gaben sich Zeit dazu, weil sie mehr Lust am Gutmachen des Kleinen, Nebensächlichen hatten, als an dem Effekte eines blendenden Ganzen. Das Rezept zum Beispiel, wie einer ein guter Novellist werden kann, ist leicht zu geben, aber die Ausführung setzt Eigenschaften voraus, über die man hinweg zu sehen pflegt, wenn man sagt, ich habe nicht genug Talent. Man mache nur hundert und mehr Entwürfe zu Novellen, keinen länger als zwei Seiten, doch von solcher Deutlichkeit, dass jedes Wort darin notwendig ist. Man schreibe täglich Anekdoten nieder, bis man es lernt, ihre prägnanteste, wirkungsvollste Form zu finden. Man sei unermüdlich im Sammeln und Ausmalen menschlicher Typen und Charaktere. Man erzähle vor allem, so oft es möglich ist, und höre erzählen, mit scharfem Auge und Ohr für die Wirkung auf die anderen Anwesenden. Man reise wie ein Leidenschaftsmaler und Kostümzeichner. Man exzerpiere sich aus einzelnen Wissenschaften alles das, was künstlerische Wirkungen macht, wenn es gut dargestellt wird. Man denke endlich über die Motive der menschlichen Handlungen nach, verschmähe keinen Fingerzeig der Belehrung hierüber und sei ein Sammler von der gleichen Dingen bei Tag und Nacht. In dieser mannigfachen Übung lasse man einige zehn Jahre vorüber gehen. Was dann aber in der Werkstätte geschaffen wird, darf auch hinaus in das Licht der Straße. Wie machen es dagegen die meisten? Sie fangen nicht einmal mit dem Teile, sondern mit dem Ganzen an. Sie tun vielleicht einmal einen guten Griff, erregen Aufmerksamkeit und tun von da an immer schlechtere Griffe aus guten natürlichen Gründen. Mitunter, wenn Vernunft und Charakter fehlen, um einen solchen künstlerischen Lebensplan zu gestalten, übernimmt das Schicksal und die Not die Stelle derselben und führt den zukünftigen Meister schrittweise durch alle Bedingungen seines Handwerks. Gefahr und Gewinn im Kultus des Genius Der Glaube an größere überlegene furchtbare Geister ist nicht notwendig, aber sehr häufig noch mit jenem ganz oder halbreligiösen Aberglauben verbunden, dass jene Geister übermenschlichen Ursprungs seien und gewisse wunderbare Vermögen besäßen, vermittels deren sie ihre Erkenntnisse auf ganz anderem Wege teilhaftig würden als die übrigen Menschen. Man schreibt ihnen wohl einen unmittelbaren Blick in das Wesen der Welt gleichsam durch ein Loch im Mantel der Erscheinung zu und glaubt, dass sie ohne die Mühsal und Stränge der Wissenschaft vermöge dieses wunderbaren Seherblicks etwas Endgültiges und Entscheidendes über Mensch und Welt mitteilen könnten. Solange das Wunder im Bereich der Erkenntnis noch Gläubige findet, kann man vielleicht zugeben, dass dabei für die Gläubigen selber ein Nutzen herauskomme, insofern diese durch ihre unbedingte Unterordnung und die großen Geiste ihrem eigenen Geiste für die Zeit der Entwicklung die beste Disziplin und Schule verschaffen. Dagegen ist mindestens fraglich, ob der Aberglaube vom Genie von seinen Vorrechten und Sondervermögen für das Genie selber von Nutzen sei, wenn er in ihm schwach sich einwurzelt. Es ist jedenfalls ein gefährliches Anzeichen, wenn den Menschen jener Schauder vor sich selbst überfällt, sei es nun jener berühmte Cäsarenschauder oder der hier in Betracht kommende Genie Schauder. In der Opferduft, welchen man billigerweise allein einem Gotte bringt, dem Genie ins Gehirn dringt, sodass er zu schwanken und sich für etwas Übermenschliches zu halten beginnt. Die langsamen Folgen sind das Gefühl der Unverantwortlichkeit, der exzeptionellen Rechte, der Glaube schon durch seinen Umgang zu begnadigen, wahnsinniger Wut bei dem Versuch, ihn mit anderen zu vergleichen oder gar ihn niedriger zu taxieren, das Verfehlte seines Werkes ins Licht zu setzen. Dadurch, dass er aufhört, Kritik gegen sich selbst zu üben, fällt zuletzt aus seinem Gefieder eine der Schwungfedern nach der anderen heraus. Jener Aberglaube gräbt die Wurzeln seiner Kraft an und macht ihn vielleicht gar zum Heuchler, nachdem seine Kraft von ihm gewichen ist. Für große Geister selbst ist es also wahrscheinlich nützlicher, wenn sie über ihre Kraft und deren Herkunft zur Einsicht kommen, wenn sie also begreifen, welche rein menschlichen Eigenschaften in ihnen zusammengeflossen sind, welche Glücksumstände hinzutragen, also einmal anhaltende Energie, entschlossene Hinwendung zu einzelnen Zielen, großer persönlicher Mut, sondern das Glück einer Erziehung, welche die besten Lehrer, Vorbilder, Methoden frühzeitig darbot. Freilich, wenn ihr Ziel ist, die größtmögliche Wirkung zu machen, so hat die Unklarheit über sich selbst und jene Beigabe eines halben Wahnsinns immer viel getan. Denn bewundert und beneidet hat man zu allen Zeiten gerade jene Kraft an ihnen, Vermöge deren sie die Menschen willenlos machen und zum Wahne fortreißen, das übernatürliche Führer vor ihnen herringen. Ja, es erhebt und begeistert die Menschen, jemandem in Besitz übernatürliche Kräfte zu glauben. Insofern hat der Wahnsinn, wie Plato sagt, die größten Segnungen über die Menschen gebracht. In einzelnen seltenen Fällen mag dieses Stück Wahnsinn wohl auch das Mittel gewesen sein, durch welches eine Seuche nach allen Seiten in exzessive Natur fest zusammengehalten wurde. Auch im Leben der Individuen haben die Wahnvorstellungen häufig den Wert von Heilmitteln, welche an sich Gifte sind. Doch zeigt sich endlich bei Genie, das an seine Göttlichkeit glaubt, das Gift in dem Grade, als das Genie alt wird. Man möge sich zum Beispiel Napoleons erinnern, dessen Wesen sicherlich gerade durch seinen Glauben an sich und seinen Stern und durch die aus ihm fließende Verachtung der Menschen zu der mächtigen Einheit zusammenwuchs, welche ihn aus allen modernen Menschen heraushebt, bis endlich aber dieser selbe Glaube in einem fast wahnsinnigen Fatalismus überging, ihn seines Schnell- und Scharfblickes beraubte und die Ursache seines Untergangs wurde. Das Genie und das Nichtige Gerade die originellen, aus sich schöpfenden Köpfe unter den Künstlern können unter Umständen das ganze Leere und Schale hervorbringen, während die abhängigeren Naturen, die sogenannten Talente, voller Erinnerungen an alles mögliche Gute stecken und auch im Zustand der Schwäche etwas Leidliches produzieren. Sind die Originellen aber von sich selber verlassen, so gibt die Erinnerung ihnen keine Hilfe. Sie werden leer. Das Publikum Von der Tragödie begehrt das Volk eigentlich nicht mehr, als recht gerührt zu werden, um sie einmal ausweinen zu können. Der Artist dagegen, Wer die neue Tragödie sieht, hat seine Freude an den geistreichen technischen Erfindungen und Kunstgriffen, an der Handhabung und Verteilung des Stoffes, an der neuen Wendung alter Motive, alter Gedanken. Seine Stellung ist die ästhetische Stellung zum Kunstwerk, die des Schaffenden, die erstbeschriebene mit alleiniger Rücksicht auf den Stoff, die des Volkes. Von dem Menschen dazwischen ist nicht zu reden. Er ist weder Volk noch Artist und weiß nicht, was er will. So ist auch seine Freude unklar und gering. Artistische Erziehung des Publikums Wenn dasselbe Motiv nicht hundertfältig durch verschiedene Meister behandelt wird, lernt das Publikum nicht über das Interesse des Stoffes hinauszukommen. Aber zuletzt wird es selbst die Nuancen, die zarten neuen Erfindungen in der Behandlung dieses Motivs fassen und genießen, wenn es also das Motiv längst aus zahlreichen Bearbeitungen kennt und dabei keinen Reiz der Neuheit, der Spannung mehr empfindet. Künstler und sein Gefolge müssen Schritt halten. Der Fortgang von einer Stufe des Stils zur anderen muss so langsam sein, dass nicht nur die Künstler, sondern auch die Zuhörer und Zuschauer diesen Fortgang mitmachen und genau wissen, was vorgeht. Sonst entsteht auf einmal jene große Kluft zwischen dem Künstler, der auf abgelegener Höhe seine Werke schafft und dem Publikum, welches nicht mehr zu jener Höhe hinauf kann und endlich missmutig wieder tiefer hinab steigt. Denn wenn der Künstler sein Publikum nicht mehr hebt, so sinkt es schnell abwärts und zwar stürzt es umso tiefer und gefährlicher, je höher es ein Genius getragen hat, dem Adler vergleichbar, aus dessen Fängen die in die Wolken hinaufgetragene Schildkröte zu ihrem Unheil hinabfällt. Herkunft des Komischen Wenn man erwägt, dass der Mensch manche hunderttausend Jahre lang einem höchsten Grade der Furcht zugängliches Tier war und dass alles Plötzliche Unerwartete ihn kampfbereit vielleicht sogar todesbereit sein hieß, ja dass selbst später in sozialen Verhältnissen alle Sicherheit auf dem Erwarteten auf dem Herkommen in Meinung und Tätigkeit beruhte, so darf man sich nicht wundern, dass bei all dem Plötzlichen Unerwarteten in Wort und Tat, wenn es ohne Gefahr und Schaden hereinbricht, der Mensch ausgelassen wird, ins Gegenteil der Furcht übergeht. Das vor Angst zitternde, zusammengekümmerte Wesen schnellt empor, entfaltet sich weit, der Mensch lacht. Diesen Übergang aus momentaner Angst in kurz dauernden Übermut nennt man das Komische. Dagegen geht im Phänomen des Tragischen der Mensch schnell aus großem dauerndem Übermut in große Angst über. Da aber unter Sterblichen der große dauernde Übermut viel seltener als der Anlass zur Angst ist, so gibt es viel mehr des Komischen als des Tragischen in der Welt. Man lacht viel öfter als dass man erschüttert ist. Künstlerehrgeiz Die griechischen Künstler, zum Beispiel die Tragiker, dichteten um zu siegen. Ihre ganze Kunst ist nicht ohne Wettkampf zu denken. Die hesiodische gute Eres, der Ehrgeiz gab ihrem Genius die Flügel. Nun verlangte dieser Ehrgeiz vor allem, dass ihr Werk die höchste Vortrefflichkeit vor ihren eigenen Augen erhalte, so wie sie also die Vortrefflichkeit verstanden, ohne Rücksicht auf einen herrschenden Geschmack und die allgemeine Meinung über das Vortreffliche an einem Kunstwerk. Und so blieben Eschelus und Eurybides lange Zeit ohne Erfolg, bis sie endlich Kunstrichter erzogen hatten, welche ihr Werk nach den Maßstäben würdigten, welche sie selber anlegten. Somit erstreben sie den Sieg über Nebenbuhler nach ihrer eigenen Schätzung, vor ihrem eigenen Richterstuhl. Sie wollen wirklich vortrefflicher sein, dann fordern sie von außen her Zustimmung zu dieser eigenen Schätzung, Bestätigung ihres Urteils. Ehre erstreben heißt hier sich überlegen machen und wünschen, dass es auch öffentlich so erscheine. Fehlt das erstere und wird das zweitere trotzdem begehrt, so spricht man von Eitelkeit. Fehlt das letztere und wird es nicht vermisst, so redet man von Stolz. Das Notwendige am Kunstwerk Die, welche so viel von dem Notwendigen an einem Kunstwerk reden, übertreiben, wenn sie Künstler sind, in Majorem Artis Gloriam oder wenn sie Laien sind, aus Unkenntnis. Die Formen eines Kunstwerks, welche seine Gedanken zum Reden bringt, also seine Art zu sprechen sind, haben immer etwas lässliches wie alle Art Sprache. Der Bildhauer kann viele kleine Züge hinzutun oder weglassen, ebenso der Darsteller, sei es ein Schauspieler oder in Betreff der Musik ein Virtuos oder Dirigent. Diese vielen kleinen Züge und Ausfeilungen machen ihm heute Vergnügen, morgen nicht. Sie sind mehr des Künstlers als der Kunst wegen da, denn auch er bedarf bei der Strenge und Selbstbezwingung, welche die Darstellung des Hauptgedankens von ihm fordert, gelegentlich des Zuckerbrots und der Spielsachen, um nicht mürrisch zu werden. Den Meister vergessen machen Der Klavierspieler, der das Werk eines Meisters zum Vortrag bringt, wird am besten gespielt haben, wenn er den Meister vergessen ließ und wenn es so erschien, als ob er eine Geschichte seines Lebens erzähle oder jetzt eben etwas erlebe. Freilich, wenn er nichts Bedeutendes ist, wird jeder Mann seine Geschwätzigkeit verwünschen, mit der er uns aus seinem Leben erzählt. Also muss er verstehen, die Fantasie des Hörers für sich einzunehmen. Daraus wiederum erklären sich alle Schwächen und Narrheiten des Virtuosentums. Courriere la Fortun. Es gibt schlimme Zufälligkeiten im Leben großer Künstler, welche zum Beispiel den Maler zwingen, sein bedeutendstes Bild nur als flüchtigen Gedanken zu skizzieren oder zum Beispiel Beethoven zwangen uns in manchen großen Sonaten wie in der großen B-Dur nur den ungenügenden Klavierauszug einer Symphonie zu hinterlassen. Hier soll der später kommende Künstler das Leben der Großen nachträglich zu korrigieren suchen, was zum Beispiel der tun würde, welcher als ein Meister aller Orchesterwirkungen und jene dem Klavier Scheintode verfallene Symphonie zum Leben erweckte. Verkleinern Manche Dinge, Ereignisse oder Personen vertragen es nicht, in kleinem Maßstabe behandelt zu werden. Man kann die Laokun-Gruppe nicht zu einer Nippesfigur verkleinern. Sie hat Größe notwendig, aber viel seltener ist es, dass etwas von Natur Kleines die Vergrößerung verträgt, weshalb es Biografen immer noch eher gelingen wird, einen großen Mann klein darzustellen als einen kleinen Groß. Sinnlichkeit in der Kunst der Gegenwart Die Künstler verrechnen sich jetzt häufig, wenn sie auf eine sinnliche Wirkung ihrer Kunstwerke hinarbeiten. Denn ihre Zuschauer oder Zuhörer haben nicht mehr ihre vollen Sinne und geraten ganz wieder die Absicht des Künstlers durch sein Kunstwerk in eine Heiligkeit der Empfindung, welche der Langweiligkeit nahe verwandt ist. Ihre Sinnlichkeit fängt vielleicht dort an, wo die des Künstlers gerade aufhört. Sie begegnen sich also höchstens an einem Punkte. Shakespeare als Moralist Shakespeare hat über die Leidenschaften viel nachgedacht und wohl von seinem Temperament her zu vielen einen sehr nahen Zugang gehabt. Dramatiker sind im Allgemeinen ziemlich böse Menschen. Aber er vermochte nicht, wie Montaigne darüber zu reden, sondern legte die Beobachtung über die Passionen den passionierten Figuren in den Mund. Was zwar wieder die Natur ist, aber seine Dramen so gedankenvoll macht, dass sie alle anderen leer erscheinen lassen und leicht einen allgemeinen Widerwillen gegen sie erwecken. Die Sentenzen Schillers, welche fast immer falsche, welchen fast immer falsche oder unbedeutende Einfälle zugrunde liegen, sind eben Theatersentenzen und wirken als solche sehr stark, während die Sentenzen Shakespeares seinem Vorbild de Montaigne Ehre machen und ganz ernsthafte Gedanken in geschliffener Form enthalten, deshalb aber für die Augen des Theaterpublikums zu fern und zu fein, also unwirksam sind. Sich gut zu Gehör bringen Man muss nicht nur verstehen, gut zu spielen, sondern auch sich gut zu Gehör zu bringen. Die Geige in der Hand des größten Meisters gibt nur ein Gezirp von sich, wenn der Raum zu groß ist. Man kann da den Meister mit jedem Stümper verwechseln. Das Unvollständige als das Wirksame Die Relief Wirken Wirken aus der Wand heraus zu treten und plötzlich irgendwo durchgehemmt Halt machen. So ist mitunter die reliefartig unvollständige Darstellung eines Gedankens einer ganzen Philosophie wirksamer als die erschöpfende Ausführung. Man überlässt der Arbeit des Beschauers Meer. Er wird aufgeregt, das, was in so starkem Licht und Dunkel vor ihm sich abhebt, fortzubilden, zu Ende zu denken und jedes Hemmnis selber zu überwinden, welches ihrem völligen Heraustreten bis dahin hinderlich war. Gegen die Originalen Wenn die Kunst sich in den abgetragensten Stoff kleidet, erkennt man sie am besten als Kunst. Kollektivgeist Ein guter Schriftsteller hat nicht nur seinen eigenen Geist, sondern auch noch den Geist seiner Freunde. Zweierlei Verkennung Das Unglück scharfsinniger und klarer Schriftsteller ist, dass man sie für flach nimmt und deshalb ihnen keine Mühe zuwendet und das Glück der Unklaren, dass der Leser sich an ihnen abmüht und die Freude über seinen Eifer ihnen zugute schreibt. Verhältnis zur Wissenschaft Alle die haben kein wirkliches Interesse an einer Wissenschaft, welche erst dann anfangen, für sie warm zu werden, wenn sie selbst Entdeckungen in ihr gemacht haben. Der Schlüssel Der eine Gedanke, auf den ein bedeutender Mensch zum Gelächter und Spott der unbedeutenden großen Wert legt, ist für ihn ein Schlüssel zu verborgenen Schatzkammen, für jene nicht mehr als ein Stück alten Eisens. Unübersetzbar Es ist Es ist weder das Beste noch das Schlechteste an einem Buche, was an ihm unübersetzbar ist. Paradoxien des Autors Die sogenannten Paradoxien des Autors, an welchen ein Leser Anstoß nimmt, stehen häufig gar nicht im Buche des Autors, sondern im Kopf des Lesers. Witz Die witzigsten Autoren erzeugen das kaum bemerkbarste Lächeln. Die Antithese Die Antithese ist die enge Pforte, durch welche sich am liebsten der Irrtum zur Wahrheit schleicht. Denker als Stilisten Die meisten Denker schreiben schlecht, weil sie uns nicht nur ihre Gedanken, sondern auch das Denken der Gedanken mitteilen. Gedanken im Gedicht Der Dichter führt seine Gedanken festlich daher, auf dem Wagen des Rhythmus, gewöhnlich deshalb, weil diese zu Fuß nicht gehen können. Sünde wider den Geist des Lesers Wenn der Autor sein Talent verleugnet, bloß um sich dem Leser gleichzustellen, so begeht er die einzige Todsünde, welche ihm jener nie verzeiht. Falls er nämlich etwas davon merkt. Man darf dem Menschen sonst alles böse nachsagen, aber in der Art, wie man es sagt, muss man seine Eitelkeit wieder aufzurichten wissen. Grenze der Ehrlichkeit Auch dem ehrlichsten Schriftsteller entfällt ein Wort zu viel, wenn er eine Periode abrunden will. Der beste Autor Der beste Autor wird der sein, welcher sich schämt, Schriftsteller zu werden. Drakonisches Gesetz gegen Schriftsteller Man sollte einen Schriftsteller als einen Missetäter ansehen, der nur in den seltensten Fällen Freisprechung oder Begnadigung verdient. Das wäre ein Mittel gegen das Überhandnehmen der Bücher. Die Narren der modernen Kultur Die Narren der mittelalterlichen Höfe entsprechen unseren Feuilletonisten. Es ist dieselbe Gattung Menschen, halbvernünftig, witzig, übertrieben, albern, mitunter nur dazu da, das Pathos der Stimmung durch Einfälle, durch Geschwätz zu mildern und den allzu schweren feierlichen Glockenklang großer Ereignisse durch Geschrei zu übertäuben. Ehemals im Dienste der Fürsten und Adeligen jetzt im Dienste von Parteien, wie in Parteisinn und Parteizucht ein guter Teil der alten Untertänigkeit im Verkehre des Volkes mit dem Fürsten jetzt noch fortlebt. Der ganze moderne Literatenstand steht aber den Feuilletonisten sehr nahe. Es sind die Narren der modernen Kultur, welche man milder beurteilt, wenn man sie als nicht ganz zurechnungsfähig nimmt. Schriftstellerei als Lebensberuf zu betrachten, sollte billigerweise als eine Art Tollheit gelten. Den Griechen nach Der Erkenntnis steht es gegenwärtig sehr im Wege, dass alle Worte durch hundertjährige Übertreibung des Gefühls dunstig und aufgeblasen geworden sind. Die höhere Stufe der Kultur, welche sich unter die Herrschaft, wenn auch nicht unter die Tyrannei, der Erkenntnis stellt, hat eine große Ernüchterung des Gefühls und eine starke Konzentration aller Worte vonnöten, worin uns die Griechen im Zeitalter des Demosthenes vorangegangen sind. Das Überspannte bezeichnet alle modernen Schriften. Selbst wenn sie einfach geschrieben sind, so werden die Worte in denselben noch zu exzentrisch gefühlt. Strenge Überlegungen, Gedrängtheit, Kälte, Schlichtheit, selbst absichtlich bis an die Grenze hinab, überhaupt an sich halten des Gefühls und Schweigsamkeit, das kann allein helfen. Übrigens ist diese kalte Schreib- und Gefühlsart als Gegensatz jetzt sehr reizvoll und darin liegt freilich eine neue Gefahr. Denn die scharfe Kälte ist so gut ein Reizmittel als ein hoher Wärmegrad. Gute Erzähler, schlechte Erklärer Bei guten Erzählern steht oft eine bewunderungswürdige psychologische Sicherheit und Konsequenz, soweit diese in den Handlungen ihrer Personen hervortreten kann, in einem geradezu lächerlichen Gegensatz zu der Ungeübtheit ihres psychologischen Denkens, sodass ihre Kultur ebenso ausgezeichnet hoch als im nächsten bedauerlich tief erscheint. Es kommt gar zu häufig vor, dass ihre eigenen Helden und deren Handlungen ersichtlich falsch erklären, es ist daran kein Zweifel, so unwahrscheinlich die Sache klingt. Vielleicht hat der größte Klavierspieler nur wenig über die technischen Bedingungen und die spezielle Tugend, Untugend, Nutzbarkeit und Erziehbarkeit jedes Fingers, kathülische Ethik, nachgedacht und macht grobe Fehler, wenn er von solchen Dingen redet. Die Schriften von Bekannten und ihre Leser Wir lesen Schriften von Bekannten, Freunden und Feinden doppelt, insofern fortwährend unsere Erkenntnis daneben flüstert, das ist von ihm ein Merkmal seines inneren Wesens, seine Erlebnisse, seine Begabung und wiederum eine andere Art Erkenntnis dabei festzustellen sucht, was der Ertrag jenes Werkes an sich ist, welche Schätzung es überhaupt abgesehen von seinem Verfasser verdient, welche Bereicherung des Wissens es mit sich trägt. Diese beiden Arten des Lesens und Erwägens stören sich, wie das sich von selbst versteht, gegenseitig. Auch eine Unterhaltung mit einem Freunde wird dann erst gute Früchte der Erkenntnis zeitigen, wenn beide endlich nur noch an die Sache denken und vergessen, dass sie Freunde sind. Rhythmische Opfer Gute Gute Schriftsteller Gefallen 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 Das Unvollständige ist künstlerisches Reizmittel Das Unvollständige ist oft wirksamer als die Vollständigkeit, so namentlich in der Lobrede. Für ihren Zweck braucht man gerade eine anreizende Unvollständigkeit als ein irrationales Element, welches der Fantasie des Hörens ein Meer vorspiegelt und gleich einem Nebel die gegenüberliegende Küste, also die Begrenztheit des zu lobenden Gegenstandes verdeckt. Wenn man die bekannten Verdienste eines Menschen erwähnt und dabei ausführlich und breit ist, so lässt dies immer den Argwohn aufkommen, es seien die einzigen Verdienste. Der vollständig Lobende stellt sich über den Gelobten, erscheint ihn zu übersehen. Deshalb wirkt das Vollständige abschwächend. Vorsicht im Schreiben und Lehren Wer erst geschrieben hat und die Leidenschaft des Schreibens in sich fühlt, lernt fast aus allem, was er treibt und erlebt, nur das noch heraus, was schriftstellerisch mitteilbar ist. Er denkt nicht mehr an sich, sondern an den Schriftsteller und sein Publikum. Er will die Einsicht, aber nicht zum eigenen Gebraucher. Wer Lehrer ist, ist meistens unfähig, etwas eigenes noch für sein eigenes Wohl zu treiben. Er denkt immer an das Wohl seiner Schüler und jede Erkenntnis erfreut ihn nur, soweit er sie lehren kann. Er betrachtet sich zuletzt als einen Durchweg des Wissens und überhaupt als Mittel, sodass er den Ernst für sich verloren hat. Schlechte Schriftsteller notwendig Es wird immer schlechte Schriftsteller geben müssen, denn sie entsprechen dem Geschmack der unentwickelten, unreifen Altersklassen. Diese haben so gut ihr Bedürfnis wie die Reifen. Wäre das menschliche Leben länger, so würde die Zahl der reif gewordenen Individuen überwiegend oder mindestens gleich groß mit der der Unreifen sein. So aber sterben bei weitem die meisten zu jung, das heißt es gibt immer viel mehr unentwickelte Intellekte mit schlechtem Geschmack. Diese begehren überdies mit der größeren Heftigkeit der Jugend nach Befriedigung ihres Bedürfnisses und sie erzwingen sich schlechte Autoren. Zu nah und zu fern Der Leser und der Autor verstehen sich häufig deshalb nicht, weil der Autor sein Thema zu gut kennt und es beinahe langweilig findet, so dass er sich die Beispiele erlässt, die er zu Hunderten weiß. Der Leser aber ist der Sache fremd und findet sie leicht schlecht begründet, wenn ihm die Beispiele vorenthalten werden. Eine verschwundene Vorbereitung zur Kunst An allem, was das Gymnasium trieb, war das wertvollste, die Übung im lateinischen Stil. Diese war eben eine Kunstübung, während alle anderen Beschäftigungen nur das Wissen zum Zweck hatten. Den deutschen Aufsatz voranzustellen ist Barbarei. Denn wir haben keinen mustergültigen, an öffentliche Beretsamkeit emporgewachsenen deutschen Stil. Will man aber durch den deutschen Aufsatz die Übung im Denken fördern, so ist es gewiss besser, wenn man einstweilen von Stil dabei überhaupt absieht, also zwischen der Übung im Denken und der im Darstellen scheidet. Letzterer sollte sich auf mannigfache Fassung eines gegebenen Inhalts beziehen und nicht auf selbstständiges Erfinden eines Inhalts. Die bloße Darstellung bei gegebenem Inhalte war die Aufgabe des lateinischen Stils, für welchen die alten Lehrer eine längst verloren gegangene Feinheit des Gehörs besaßen. Wer ehemals gut in einer modernen Sprache schreiben konnte, verdankte es dieser Übung. Jetzt muss man sich notgedrungen zu den älteren Franzosen in die Schule schicken. Aber noch mehr, er bekam einen Begriff von der Hoheit und Schwierigkeit der Form überhaupt und wurde für die Kunst auf dem einzig richtigen Wege vorbereitet, durch Praxis. Dunkles und Überhelles nebeneinander. Schriftsteller, welche im Allgemeinen ihren Gedanken keine Deutlichkeit zu geben verstehen, werden im Einzelnen mit Vorliebe die stärksten, übertreibendsten Bezeichnungen und Superlative wählen. Dadurch entsteht eine Lichtwirkung wie bei Fackelbeleuchtung auf verworrenen Waldwegen. Schriftstellerisches Malertum Einen Bedeutenden Gegenstand wird man am besten darstellen, wenn man die Farben zum Gemälde aus dem Gegenstande selber wie ein Chemiker nimmt und sie dann wie ein Artist verbraucht, sodass man die Zeichnung aus den Grenzen und Übergängen der Farben erwachsen lässt. So bekommt das Gemälde etwas von dem hinreißerischen Naturelement, welches den Gegenstand selber bedeutend macht. Bücher, welche Tanzen lehren. Es gibt Schriftsteller, welche dadurch, dass sie Unmögliches als möglich darstellen und vom Sittlichen und Genialen so reden, als ob beides nur eine Laune, ein Belieben sei, ein Gefühl von übermütiger Freiheit hervorbringen, wie wenn der Mensch sich auf die Fußspitzen stellte und vor innerer Lust durchaus tanzen müsste. Nicht fertig gewordene Gedanken Ebenso wie nicht nur das Mannesalter, sondern auch Jugend und Kindheit einen Wert an sich haben und gar nicht nur als Durchgänge und Brücken zu schätzen sind, so haben auch die nicht fertig gewordenen Gedanken ihren Wert. Man muss deshalb einen Dichter nicht mit subtiler Auslegung quälen, sondern sich an der Unsicherheit seines Horizontes vergnügen, wie als ob der Weg zu mehreren Gedanken noch offen sei. Man steht an der Schwelle, man wartet wie bei der Ausgrabung eines Schatzes. Es ist, als ob ein Glücksfund von Tiefsinn eben gemacht werden sollte. Der Dichter nimmt etwas von der Last des Denkers beim Finden eines Hauptgedankens vorweg und macht uns damit begehrlich, so dass wir nach diesem haschen. Der aber gaukelt an unserem Kopfe vorüber und zeigt die schönsten Schmetterlingsflügel und doch entschlüpft er uns. Das Buch fast zum Menschen geworden. Jeden Schriftsteller überrascht es von Neuem, wie das Buch, sobald es sich von ihm gelöst hat, ein eigenes Leben für sich weiterlebt. Es ist ihm zumute, als wäre der eine Teil eines Insektes losgetrennt und ginge nun seinen eigenen Weg weiter. Vielleicht vergisst er es fast ganz, vielleicht erhebt er sich über die darin niedergelegten Ansichten, vielleicht selbst versteht er es nicht mehr und hat jene Schwingen verloren, auf denen er damals flog, als er jenes Buch aussah. Während dem sucht er sich seine Leser, entzündet Leben, beglückt, erschreckt, erzeugt neue Werke, wird die Seele von Vorsätzen und Handlungen, kurz, es lebt wie ein mit Geist und Seele ausgestattetes Wesen und ist doch kein Mensch. Das glücklichste Los hat der Autor gezogen, welcher als alter Mann sagen kann, dass alles, was von lebenszeugenden, kräftigenden, erhebenden, aufklärenden Gedanken und Gefühlen in ihm war, in seinen Schriften noch fortlebe, und dass er selber nur noch die graue Asche bedeute, während das Feuer überallhin gerettet und weitergetragen sei. Erweckt man nur gar, dass jede Handlung eines Menschen, nicht nur ein Buch, auf irgendeine Art Anlass zu anderen Handlungen, Entschlüssen, Gedanken wird, dass alles, was geschieht, unlösbar fest sich mit allem, was geschehen wird, verknotet, so erkennt man die wirkliche Unsterblichkeit, die es gibt, die der Bewegung. Was einmal bewegt hat, ist in dem Gesamtverbande alles Seienden, wie in einem Bernsteiner ein Insekt eingeschlossen und verewigt. Freude im Alter Der Denker und ebenso der Künstler, welcher sein besseres Selbst in Werke geflüchtet hat, empfindet eine fast boshafte Freude, wenn er sieht, wie sein Leib und Geist langsam von der Zeit angebrochen und zerstört werden, als ob er aus einem Winkel einen Dieb an seinem Geldschrank erarbeiten sähe, während er weiß, dass dieser leer ist und alle Schätze gerettet sind. Ruhige Fruchtbarkeit Die geborenen Aristokraten des Geistes sind nicht zu eifrig. Ihre Schöpfungen erscheinen und fallen an einem ruhigen Herbstabend vom Baume, ohne hastig begehrt, gefördert, durch Neues verdrängt zu werden. Das unablässige Schaffen wollen ist gemein und zeigt Eifersucht, Neid, Ehrgeiz an. Wenn man etwas isst, so braucht man eigentlich nichts zu machen und tut doch sehr viel. Es gibt über den produktiven Menschen noch eine höhere Gattung. Achilles und Homer Es ist immer wie zwischen Achilles und Homer. Der eine hat das Erlebnis, die Empfindung, der andere beschreibt sie. Ein wirklicher Schriftsteller gibt dem Affekt und der Erfahrung anderer nur Worte. Er ist Künstler, um aus dem Wenigen, was er empfunden hat, viel zu erraten. Künstler sind keineswegs die Menschen der großen Leidenschaft, aber häufig geben sie sich als solche in der unbewussten Empfindung, dass man ihrer gemalten Leidenschaft mehr traut, wenn ihr eigenes Leben für ihre Erfahrung auf diesem Gebiete spricht. Man braucht sich ja nur gehen zu lassen, sich nicht zu beherrschen, seinen Zorn, seiner Begierde offenen Spielraum zu gönnen. Sofort schreit alle Welt, wie leidenschaftlich ist er. Aber mit der tief wühlenden, das Individuum anzehrenden und oft verschlingenden Leidenschaft hat es etwas auf gibt, beschreibt sie gewiss nicht in Dramen, Tönen oder Romanen. Künstler sind häufig zügellose Individuen, soweit sie eben nicht Künstler sind. Aber das ist etwas anderes. Alte Zweifel über die Wirkung der Kunst. Sollten Mitleid und Furcht wirklich, wie Aristoteles will, durch die Tragödie entladen werden, sodass der Zuhörer kälter und ruhiger nach Hause zurückkehre? Sollten Geistergeschichten weniger furchtsam und abergläubisch machen? Es ist bei einigen physischen Vorgängen, zum Beispiel bei einem Liebesgenuss, wahr, dass mit der Befriedigung eines Bedürfnisses eine Linderung und zeitweilige Herabstimmung des Triebes eintritt. Aber die Furcht und das Mitleid sich nicht in diesem Sinne Bedürfnisse bestimmter Organe, welche erleichtert werden. Aber die Furcht und das Mitleid sind nicht in diesem Sinne Bedürfnisse bestimmter Organe, welche erleichtert werden wollen. Und auf die Dauer wird selbst jeder Trieb durch Übung in seiner Befriedigung gestärkt, trotz jener periodischen Linderungen. Es wäre möglich, dass Mitleid und Furcht in jedem einzelnen Falle durch die Tragödie gemildert und entladen würden. Trotzdem könnten sie im Ganzen durch die tragische Einwirkung überhaupt größer werden und Plato behielte doch recht, wenn er meint, dass man durch die Tragödie insgesamt ängstlicher und rührseliger werde. Der tragische Dichter selbst würde dann notwendig eine düstere, furchtvolle Weltbetrachtung und eine weiche, reizbare, tränensüchtige Seele bekommen. Auch würde es zu Platos Meinung stimmen, wenn die tragischen Dichter und ebenso die ganzen Stadtgemeinden, welche sich besonders an ihm ergötzen, zu immer größerer Maß und Zügellosigkeit ausarten. Aber welches Recht hat unsere Zeit überhaupt, auf die große Frage Platos nach dem moralischen Einfluss der Kunst eine Antwort zu geben? Hätten wir selbst die Kunst, wo haben wir den Einfluss, irgendeinen Einfluss der Kunst? Freude am Unsinn Wie kann der Mensch Freude am Unsinn haben? Soweit nämlich auf der Welt gelacht wird, ist dies der Fall. Ja, man kann sagen, fast überall, wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn. Das Umwerfen der Erfahrung ins Gegenteil, des Zweckmäßigen ins Zwecklose, des Notwendigen ins Beliebige, doch so, dass dieser Vorgang keinen Schaden macht und nur einmal aus Übermut vorgestellt wird, ergötzt, denn es befreit uns momentan von dem Zwange des Notwendigen, Zweckmäßigen und Erfahrungsmäßigen, in denen wir für gewöhnlich unsere unerbittlichen Herren sehen. Wir spielen und lachen dann, wenn das Erwartete, das gewöhnlich Bange macht und spannt, sich ohne zu schädigen entladet. Es ist die Freude der Sklaven am Saturnalienfeste. Veredelung der Wirklichkeit Dadurch, dass die Menschen in dem aphrodisischen Triebe eine Gottheit sahen und ihn mit anbetender Dankbarkeit in sich wirkend fühlten, ist im Verlauf der Zeit jener Affekt mit höheren Vorstellungsreihen durchzogen und dadurch tatsächlich sehr veredelt worden. So haben sich einige Völker Vermöge dieser Kunst des Idealisierens aus Krankheiten große Hilfsmächte der Kultur geschaffen, zum Beispiel die Griechen, welche in früheren Jahrhunderten an großen Nervenepidemien in der Art der Epilepsie und des Veits-Tanzes litten und daraus den herrlichen Typus der Pachantin herausgebildet haben. Die Griechen besaßen nämlich nichts weniger als eine vierschrötige Gesundheit. Ihr Geheimnis war auch die Krankheit, wenn sie nur Macht hatte, als Gott zu verehren. Musik Die Musik ist nicht an und für sich so bedeutungsvoll für unser Inneres, so tief erregend, dass sie als unmittelbare Sprache des Gefühls gelten dürfte, sondern ihre uralte Verbindung mit der Poesie hat so viel Symbolik in die rhythmische Bewegung, in Stärke und Schwäche des Tones gelegt, dass wir jetzt wähnen, sie spreche direkt zum Inneren und käme aus dem Inneren. Die dramatische Musik ist erst möglich, wenn sich die Tonkunst ein ungeheures Bereich symbolischer Mittel erobert hat, durch Lied, Oper und hundertfältige Versuche der Tonmalerei. Die absolute Musik ist entweder Form an sich, in rohem Zustand der Musik, wo das Erklingen im Zeitmaß und verschiedener Stärke überhaupt Freude macht, oder die ohne Poesie schon zum Verständnis reden der Symbolik der Formen, nachdem in langer Entwicklung beide Künste verbunden waren und endlich die musikalische Form ganz mit Begriffs- und Gefühlsfäden durchsponnen ist. Menschen, welche in der Entwicklung der Musik zurückgeblieben sind, können dasselbe Tonstück rein formalistisch empfinden, wo die Fortgeschrittenen alles symbolisch verstehen. An sich ist keine Musik tief und bedeutungsvoll, sie spricht nicht vom Willen, vom Dinge an sich. Das konnte der Intellekt erst in einem Zeitalter wähnen, welches den ganzen Umfang des inneren Lebens für die musikalische Symbolik erobert hatte. Der Intellekt selber hat diese Bedeutsamkeit erst in den Klang hineingelegt. Wer in die Verhältnisse von Linien und Maßen bei der Architektur ebenfalls Bedeutsamkeit gelegt hat, welche aber an sich den mechanischen Gesetzen ganz fremd ist. Gebärde und Sprache Älter als die Sprache ist das Nachahmen von Gebärden, welches unwillkürlich vor sich geht und jetzt noch bei einer allgemeinen Zurückdrängung der Gebärdensprache und gebildeten Beherrschung der Muskeln so stark ist, dass wir ein bewegtes Gesicht nicht ohne Innovation unseres Gesichts ansehen können. Man kann beobachten, dass fingiertes Gähnen bei einem, der es sieht, natürliches Gähnen hervorruft. Die nachgeahmte Gebärde leitete den, der nachahmte, zu der Empfindung zurück, welche sie im Gesicht oder Körper des Nachgeahmten ausdrückte. So lernte man sich verstehen. So lernt noch das Kind die Mutter verstehen. Im Allgemeinen mögen schmerzhafte Empfindungen wohl auch durch Gebärde ausgedrückt worden sein, welche Schmerz ihrerseits verursachen, zum Beispiel durch Haarausraufen, die Brust schlagen, gewaltsame Verzerrungen und Anspannungen der Gesichtsmuskeln. Umgekehrt, Gebärden der Lust waren selber lustvoll und eigneten sich dadurch leicht zum Mitteilen des Verständnisses. Lachen Lachen als Äußerung des Gekitzelt Werdens, welches lustvoll ist, diente wiederum zum Ausdruck anderer lustvoller Empfindungen. Sobald man sich im Gebärden verstand, konnte wiederum eine Symbolik der Gebärde entstehen. Ich meine, man konnte über eine Tonzeichensprache sich verständigen, so zwar, dass man zuerst Ton und Gebärde, zu der er symbolisch hinzutrat, später nur den Ton hervorbrachte. Es schien sich da in früher Zeit dasselbe oftmals ereignet zu haben, was jetzt vor unseren Augen und Ohren in der Entwicklung der Musik, namentlich der dramatischen Musik, vor sich geht. Während zuerst die Musik ohne erklärenden Tanz und Mimus Gebärdensprache leeres Geräusch ist, wird durch lange Gewöhnung an jenes Nebeneinander von Musik und Bewegung das Ohr zur sofortigen Ausdeutung der Tonfiguren eingeschult und kommt endlich auf eine Höhe des schnellen Verständnisses, wo es der sichtbaren Bewegung gar nicht mehr bedarf und den Tondichter ohne dieselbe versteht. Man redet dann von absoluter Musik, das heißt von Musik, in der alles ohne weitere Beihilfe sofort symbolisch verstanden wird. Die Entsinnlichung der Hörenkunst Unsere Ohren sind Vermöge der außerordentlichen Übung des Intellekts durch die Kunstentwicklung der neuen Musik immer Intellektualer geworden. Deshalb ertragen wir jetzt viel größere Tonstärke, viel mehr Lärm, weil wir viel besser eingeübt sind, auf die Vernunft in ihm hinzuhorchen, als unsere Vorfahren. Tatsächlich sind nun alle unsere Sinne eben dadurch, dass sie immer gleich nach der Vernunft, also nach dem es bedeutet und nicht mehr nach dem Es-Ist-Fragen etwas abgestumpft worden, wie sich eine solche Abstumpfung zum Beispiel in der unbedingten Herrschaft der Temperatur der Töne verrät. Denn jetzt gehören Ohren, welche die feineren Unterscheidungen zum Beispiel zwischen Cis und Des noch machen zu den Ausnahmen. In dieser Hinsicht ist unser Ohr vergröbert worden. So dann ist die hässliche, den Sinnen ursprünglich feindselige Seite der Welt für die Musik erobert worden. Ihr Machtbereich namentlich zum Ausdruck des Erhabenen, Furchtbaren, Geheimnisvollen hat sich damit erstaunlich erweitert. Unsere Musik bringt jetzt Dinge zum Reden, welche früher keine Zungen hatten. In ähnlicher Weise haben einige Maler das Auge Intellektualer gemacht und sind weit über das hinausgegangen, was man früher Farben- und Formenfreude nannte. Auch hier ist die ursprünglich als hässlich geltende Seite der Welt vom künstlerischen Verstande erobert worden. Was ist von alledem die Konsequenz? Je gedankenfähiger Auge und Ohr werden, umso mehr kommen sie an die Grenze, wo sie unsinnlich werden. Die Freude wird ins Gehirn verlegt, die Sinnesorgane selbst werden stumpf und schwach, das Symbolische tritt immer mehr anstelle des Seienden. Und so gelangen wir auf diesem Wege so sicher zur Barbarei wie auf irgendeinem anderen. Einstweilen heißt es noch, die Welt ist hässlicher als je, aber sie bedeutet eine schönere Welt als je gewesen. Aber je mehr der Ambraduft der Bedeutung sich zerstreut und verflüchtigt, umso seltener werden die, welche ihn noch wahrnehmen. und die übrigen bleiben endlich bei dem hässlichen stehen und suchen es direkt zu genießen, was ihnen aber immer misslingen muss. So gibt es in Deutschland eine doppelte Strömung der musikalischen Entwicklung. Hier eine Schar von zehntausend mit immer höheren zarteren Ansprüchen und immer mehr nach dem es bedeutet hinhörend. Und dort die ungeheure Überzahl, welche alljährlich immer unfähiger wird, das Bedeutende auch in der Form der sinnlichen Hässlichkeit zu verstehen und deshalb nach dem an sich hässlichen und Ekelhaften, das heißt den Niedrigsinnlichen in der Musik mit immer mehr Behagen greifen lernt. Der Stein ist mehr Stein als früher. Wir verstehen im Allgemeinen Architektur nicht mehr, wenigstens lange nicht in der Weise, wie wir Musik verstehen. Wir sind aus der Symbolik der Linien und Figuren herausgewachsen, wie wir der Klangwirkungen der Rhetorik entwöhnt sind und haben diese Art von Muttermilch der Bildung nicht mehr vom ersten Augenblick unseres Lebens an eingesogen. An einem griechischen oder christlichen Gebäude behauptete ursprünglich alles etwas und zwar in Hinsicht auf eine höhere Ordnung der Dinge. Diese Stimmung einer unausschöpflichen Bedeutsamkeit lag um das Gebäude gleich einem zauberhaften Schleier. Schönheit kam nur nebenbei in das System hinein, ohne die Grundempfindung des unheimlich Erhabenen, des durch Götternähe und Magie Geweihten wesentlich zu beeinträchtigen. Schönheit milderte höchstens das Grauen, aber dieses Grauen war überall die Voraussetzung. Was ist uns jetzt die Schönheit eines Gebäudes? Dasselbe wie das schöne Gesicht einer geistlosen Frau, etwas Maskenhaftes. Religiöse Herkunft der neueren Musik Die seelenvolle Musik entsteht in dem wiederhergestellten Katholizismus nach dem Tridentiner Konzil durch Palästrina, welche dem neu erwachten innigen und tief bewegten Geiste zum Klange verhallt. Später mit Bach auch im Protestantismus, soweit dieser durch die Pietisten vertieft und von seinem ursprünglichen dogmatischen Grundcharakter losgebunden worden war. Vorausgesetzt und notwendige Vorstufe für beide Entstehungen ist die Befassung mit Musik wie sie dem Zeitalter der Renaissance und Vorrenaissance zu eigen war, nämlich jene gelehrte Beschäftigung mit Musik, jene im Grunde wissenschaftliche Lust an den Kunststücken der Harmonik und Stimmführung. Andererseits musste auch die Oper vorangegangen sein, in welcher der Laie einen Protest gegen eine zu gelehrt gewordene kalte Musik zu erkennen gab und der Polyhymnia wieder eine Seele schenken wollte. Ohne jene tiefreligiöse Umstimmung, ohne das Ausklingen des innerlichst erregten Gemütes wäre die Musik gelehrt oder operhaft geblieben. Der Geist der Gegenreformation ist der Geist der modernen Musik. Denn jener Pietismus in Bachs Musik ist auch eine Art Gegenreformation. So tief sind wir dem religiösen Leben verschuldet. Die Musik war die Gegenrenaissance im Gebiet der Kunst. Zu ihr gehört die spätere Malerei der Karachi und Karavachi zu. Zu ihr vielleicht auch der Barockstil. Mehr jedenfalls als die Architektur der Renaissance oder des Altertums. Und noch jetzt dürfte man fragen, wenn unsere neue Musik die Steine bewegen könnte, würde sie diese zu einer antiken Architektur zusammensetzen? Ich zweifle sehr, denn das, was in dieser Musik regiert, der Affekt, die Lust an erhöhten, weitgespannten Stimmungen, das lebendig werden wollen um jeden Preis, der rasche Wechsel der Empfindung, die starke Reliefwirkung in Licht und Schatten, die Nebeneinanderstellung der Ekstase und des Naiven, das hat alles schon einmal in den bildenden Künsten regiert und neue Stilgesetze geschaffen. Es war aber weder im Altertum noch in der Zeit der Renaissance. Das Jenseits in der Kunst Nicht ohne tiefen Schmerz gesteht man sich ein, dass die Künstler aller Zeiten in ihrem höchsten Aufschwunge, gerade jene Vorstellungen zu einer himmlischen Verklärung hinaufgetragen haben, welche wir jetzt als falsch erkennen. Sie sind die Verherrlicher der religiösen und philosophischen Irrtümer der Menschheit und sie hätten dies nicht sein können ohne den Glauben an die absolute Wahrheit derselben. Nimmt nun der Glaube an eine solche Wahrheit überhaupt ab, verblassen die Regenbogenfarben um die äußersten Enden des menschlichen Erkennens und Wähnens. So kann jene Gattung von Kunst nie wieder aufblühen, welche wie die Divina Comedia, die Bilder Raphaels, die Fresken Michelangelois, die gotischen Münster, nicht nur eine komische, sondern auch eine metaphysische Bedeutung der Kunstobjekte voraussetzen. Es wird eine rührende Sage daraus werden, dass es eine solche Kunst, einen solchen Künstlerglauben gegeben habe. Die Revolution in der Poesie Der strenge Zwang, welchen sich die französischen Dramatiker auferlegten in Hinsicht auf Einheit der Handlung, des Ortes und der Zeit, auf Stil, Vers und Satzbau, Auswahl der Worte und Gedanken, war eine so wichtige Schule wie die des Kontrapunktes und der Fuge in der Entwicklung der modernen Musik oder wie die gorgianischen Figuren in der griechischen Beretsamkeit. Sich so zu binden kann absurd erscheinen. Trotzdem gibt es kein anderes Mittel, um aus den Naturalisiären herauszukommen, als sich zuerst auf das Allerstärkste, vielleicht Allerwillkürlichste zu beschränken. Man lernt so allmählich mit Grazie selbst auf den schmalen Stegen schreiten, welche schwindelnde Abgründe überbrücken und bringt die höchste Geschmeidigkeit der Bewegung als Ausbeute mit heim. Wie die Geschichte der Musik vor den Augen der jetzt Lebenden beweist. Hier sieht man, wie Schritt vor Schritt die Fesseln lockerer werden, bis sie endlich ganz abgeworfen scheinen können. Dieser Schein ist das höchste Ergebnis einer notwendigen Entwicklung in der Kunst. In der modernen Dichtkunst gab es keine so glückliche allmähliche Herauswicklung aus den selbstgelegten Fesseln. Lessing machte die französische Form, das heißt die einzige moderne Kunstform, zum Gespött in Deutschland und verwies auf Shakespeare. Und so verlor man die Stetigkeit jener Entfesselung und machte einen Sprung in den Naturalismus, das heißt in die Anfänge der Kunst zurück. Aus ihm versuchte sich Goethe zu retten, in dem er sich immer von Neuem wieder auf verschiedene Arten zu binden wusste. Aber auch der Begabteste bringt es nur zu einem fortwährenden Experimentieren, wenn der Faden der Entwicklung einmal abgerissen ist. Schiller verdankt die ungefähre Sicherheit seiner Form, dem unwillkürlich verehrten, wenn auch verleugneten Vorbilder der französischen Tragödie und hielt sich ziemlich unabhängig von Lessing, dessen dramatische Versuche er bekanntlich ablehnte. Den Franzosen selber fehlten nach Voltaire auf einmal die großen Talente, welche die Entwicklung der Tragödie aus dem Zwange zu jenem Scheine der Freiheit fortgeführt hätten. Sie machten später nach dem deutschen Vorbilder auch den Sprung in eine Art von ressortschem Naturzustand der Kunst und experimentierten. Man lese nur von Zeit zu Zeit Voltaires Mahomet, um sich klar vor die Seele zu stellen, was durch jenen Abbruch der Tradition ein für allemal der europäischen Kultur verloren gegangen ist. Voltaire war der letzte der großen Dramatiker, welche seine vielgestaltige, auch den größten tragischen Gewitterstürmern gewachsene Seele durch griechisches Maß bendigte. Er vermochte das, was noch kein Deutscher vermochte, weil die Natur des Franzosen, der Griechischen, viel verwandter ist als der Natur des Deutschen. Wie er auch der letzte große Schriftsteller war, der in der Behandlung der Prosa-Rede griechisches Ohr, griechische Künstlergewissenschaftlichkeit, griechische Schlichtheit und Anmut hatte. Ja, wie er einer der letzten Menschen gewesen ist, welche die höchste Freiheit des Geistes und eine schlechterdings unrevolutionäre Gesinnung in sich vereinigen konnten, ohne inkonsequent und feige zu sein. Seitdem ist der moderne Geist mit seiner Unruhe, seinem Hass gegen Maas und Schranke, auf allen Gebieten zur Herrschaft gekommen, zuerst entzügelt durch das Fieber der Revolution und dann wieder sich Zügel anlegend, wenn ihn Angst und Grauen vor sich selber anwandelte. Aber die Zügel der Logik, nicht mehr des künstlerischen Maßes. Zwar genießen wir durch jene Entfesselung eine Zeit lang die Poesien aller Völker, alles an verborgenen Stellen aufgewachsene, Urwüchsige, Wildblühende, wunderlich schöne und riesenhaft Unregelmäßige, vom Volksliede an bis zum großen Barbaren Shakespeare hinauf. Wir schmecken die Freuden der Lokalfarbe und des Zeitkostüms, die allen künstlerischen Völkern bisher fremd waren. Wir benutzen reichlich die barbarischen Avantgarden unserer Zeit, welche Goethe gegen Schiller geltend mache, um die Formlosigkeit seines Faust in das günstigste Licht zu stellen. Aber auf wie lange noch? Die hereinbrechende Flut von Poesien aller Stille, aller Völker muss ja allmählich das Erdreich hinwegschwemmen, auf dem ein stilles verborgenes Wachstum noch möglich gewesen wäre. Alle Dichter müssen ja experimentierende Nachahmer, vagehalsige Kopisten werden, mag ihre Kraft von Anbeginn noch so groß sein. Das Publikum endlich, welches verlernt hat, in der Bändigung der darstellenden Kraft, in der organisierenden Bewältigung aller Kunstmittel die eigentliche künstlerische Tat zu sehen, muss immer mehr die Kraft um der Kraft willen, die Farbe um der Farbe willen, den Gedanken um das Gedanken willen, die Inspiration um der Inspiration willen schätzen. Es wird demgemäß die Elemente und Bedingungen des Kunstwerks gar nicht, wenn nicht isoliert genießen und zu guter Letzt die natürliche Forderung stellen, dass der Künstler sie ihm auch isoliert darreichen müsse. Ja, man hat die unvernünftigen Fesseln der französisch-griechischen Kunst abgeworfen, aber unvermerkt sich daran gewöhnt, alle Fesseln, alle Beschränkungen unvernünftig zu finden. Und so bewegt sich die Kunst ihrer Auflösung entgegen und streift dabei, was freilich höchst belehrend ist, alle Phasen ihrer Anfänge, ihrer Kindheit, ihrer Unvollkommenheit, ihrer einstmaligen Wagnisse und Ausschreitungen. Sie interpretiert im Zugrunde gehen ihre Entstehung, ihr Werden. Einer der Großen, auf dessen Instinkt man sich wohl verlassen kann und dessen Theorie nichts weiter als ein dreißig Jahre mehr von Praxis fehlte, Lord Byron, hat einmal ausgesprochen, was die Poesie im Allgemeinen anlangt, so bin ich, je mehr ich darüber nachdenke, immer fester der Überzeugung, dass wir allesamt auf dem falschen Wege sind, einer wie der andere. Wir folgen alle einem innerlich falschen revolutionären System. Unsere oder die nächste Generation wird doch zu derselben Überzeugung gelangen. Es ist dies derselbe Byron, welcher sagt, ich betrachte Shakespeare als das schlechteste Vorbild, wenn auch als den außerordentlichsten Dichter. Und sagt im Grunde Goethes gereifte künstlerische Einsicht aus der zweiten Hälfte seines Lebens nicht genau dasselbe? Jene Einsicht, mit welcher er einen großen Vorsprung über eine Reihe von Generationen gewann, dass man im großen Ganzen behaupten kann, Goethe habe noch gar nicht gewirkt und seine Zeit werde erst kommen? Gerade weil seine Natur ihn lange Zeit in der Bahn der poetischen Revolution festhielt, gerade weil er am gründlichsten auskostete, was alles indirekt durch jenen Abbruch der Tradition an neuen Funden, Aussichten, Hilfsmitteln entdeckt und gleichsam unter den Ruinen der Kunst ausgegraben worden war, so wiegt seine spätere Umwandlung und Bekehrung so viel. Sie bedeutet, dass er das tiefste Verlangen empfand, die Tradition der Kunst wiederzugewinnen und den stehengebliebenen Trümmern und Säulengängen des Tempels mit der Fantasie des Auges wenigstens die alte Vollkommenheit und Glanzheit anzudichten, wenn die Kraft des Armes sich viel zu schwach erweisen sollte zu bauen, wo so ungeheure Gewalten schon zum Zerstören nötig waren. So lebte er in der Kunst als in der Erinnerung an die wahre Kunst. Sein Dichten war zum Hilfsmittel der Erinnerung des Verständnisses alter, längst entrückter Kunstzeiten geworden. Seine Forderungen waren zwar in Hinsicht auf die Kraft des neuen Zeitalters unerfüllbar, der Schmerz darüber wurde aber reichlich durch die Freude aufgewogen, dass sie einmal erfüllt gewesen sind und dass auch wir noch an dieser Erfüllung teilnehmen können. Nicht Individuen, sondern mehr oder weniger idealische Masken. Keine Wirklichkeit, sondern eine allegorische Allgemeinheit. Zeitcharaktere, Lokalfarben zum fast Unsichtbaren abgedämpft und mythisch gemacht. Das gegenwärtige Empfinden und die Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft auf die einfachsten Formen zusammengedrängt, ihrer reizenden, spannenden, pathologischen, Eigenschaften entkleidet, in jedem anderen als dem artistischen Sinn wirkungslos gemacht. Keine neuen Stoffe und Charaktere, sondern die alten, längst gewohnten, in immerfortwährender Neubeseelung und Umbildung. Das ist die Kunst, so wie sie Goethe später verstand, so wie sie die Griechen, ja auch die Franzosen, übten. Was von der Kunst übrig bleibt. Es ist wahr, bei gewissen metaphysischen Voraussetzungen hat die Kunst viel größeren Wert, zum Beispiel wenn der Glaube gilt, dass der Charakter unveränderlich sei und das Wesen der Welt sich in allen Charakteren und Handlungen fortwährend und Aussprecher. Da wird das Werk des Künstlers zum Bild des ewig Beharrenden, während für unsere Auffassung der Künstler seinem Bilde immer nur Gültigkeit für eine Zeit geben kann, weil der Mensch im Ganzen geworden und wandelbar und selbst der einzelne Mensch nichts Festes und Beharrendes ist. Ebenso steht bei einer anderen metaphysischen Voraussetzung gesetzt, dass unsere sichtbare Welt nur Erscheinung wäre, wie es die Metaphysiker annehmen. So käme die Kunst der wirklichen Welt ziemlich nahe zu stehen. Denn zwischen der Erscheinungswelt und der Traumbildwelt des Künstlers gäbe es dann gar zu viel Ähnliches. Und die übrig gebliebene Verschiedenheit stelle sogar die Bedeutung der Kunst höher als die Bedeutung der Natur, weil die Kunst das Gleichförmige die Typen und Vorbilder der Natur darstellte. Jene Voraussetzungen sind aber falsch. Welche Stellung bleibt nach dieser Erkenntnis jetzt noch der Kunst? Vor allem hat sie durch Jahrtausende hindurch gelehrt, mit Interesse und Lust auf das Leben in jeder Gestalt zu sehen und unsere Empfindung so weit zu bringen, dass wir endlich rufen, wie es auch sei, das Leben, es ist gut. Diese Lehre der Kunst, Lust am Dasein zu haben und das Menschenleben wie ein Stück Natur, ohne zu heftige Mitbewegung, als Gegenstand gesetzmäßiger Entwicklung anzusehen, diese Lehre ist in uns hineingewachsen. Sie kommt jetzt als allgewaltiges Bedürfnis des Erkennens wieder ans Licht. Man könnte die Kunst aufgeben, würde aber damit nicht die von ihr gelernte Fähigkeit einbüßen, ebenso wie man die Religion aufgegeben hat, nicht aber die durch sie erworbenen Gemütssteigerungen und Erhebungen. Wie die bildende Kunst und die Musik der Maßstab des durch die Religion wirklich erworbenen und hinzugewonnenen Gefühls Reichtums ist, so würde nach einem Verschwinden der Kunst die von ihr gepflanzte Identität und Vielartigkeit der Lebensfreude immer noch Befriedigung fordern. Der wissenschaftliche Mensch ist die Weiterentwicklung des Künstlerischen. Abendröte der Kunst Wie man sich im Alter der Jugend erinnert und Gedächtnisfeste feiert, so steht bald die Menschheit zur Kunst im Verhältnis einer rührenden Erinnerung an die Freuden der Jugend. Vielleicht, dass niemals früher die Kunst so tief und seelenvoll erfasst wurde wie jetzt, wo die Magie des Todes dieselbe zu umspielen scheint. Man denke an jene griechische Stadt in Unteritalien, welche an einem Tage des Jahres noch ihre griechischen Feste feiert, unter Wehmut und Tränen darüber, dass immer mehr die ausländische Barbarei über ihre mitgebrachten Sitten triumphiere. Niemals hat man wohl das Hellenische so genossen, nirgendwo diesen goldenen Nektar mit solcher Wollust geschlürft, als unter diesen absterbenden Hellenen. Den Künstler wird man bald als ein herrliches Überbleibsel ansehen und ihm, wie einem wunderbaren Fremden, an dessen Kraft und Schönheit das Glück früherer Zeiten hing, Ehren erweisen, wie wir sie nicht leicht unsersgleichen gönnen. Das Beste an uns ist vielleicht aus Empfindung früherer Zeiten vererbt, zu denen wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr kommen können. Die Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet noch vor ihr her, ob wir sie schon nicht mehr sehen. Die Sonne ist schon hinuntergegangen,